25 Heimspiele hintereinander ohne Niederlage, Pausenstand 0 zu 0, aber danach Eckball von Barisic, Petter per Kopf in der 60. Minute, 1 zu 0. 2500 Zuschauer jubeln, 1 zu 0 für den Favoriten AC gegen den in der ersten Hälfte noch Feldüberlegen gewesenen GERKA. 71. Minute, Foul von Gorjub an Barisic, gibt 11 Meter, Foul an Barisic, der den Eckball zum 1 zu 0 getreten hätte und der routinierte Dihannich lässt sich die Chance nicht entgehen. 2 zu 0, dritter Heimsieg in dieser Saison für den Favoriten AC. Und im zweiten Spiel der zweiten Division besiegte Donaufeld aus der Klagenfurt durch je zwei Tore von Hamannick und Rümkorf mit 4 zu 3 Siegestor in der letzten Minute. Für die Gäste die Torschützen Gombau, Künast und Ziehaust. In der Tabelle der Favoriten AC 2.